Hallo liebe Freunde des gepflegten Gamings und alle Fußballinteressierte. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Sonntag, ich nehme das heute Morgen gerade auf. Ich hatte Besuch vom Frittenfriseur und von eGamery, die haben bei mir gepennt, waren hier Samstag auf Sonntag. Sind jetzt leider eben wieder gefahren, leider, leider. Aber es war super schön, hat mir echt Spaß gemacht mit euch und Minecraft ist eingerichtet. Von daher kommen vielleicht auch mal demnächst neue Minecraft Single-Folgen, ich kann nichts versprechen. Auf jeden Fall klappt jetzt alles mit Shader. Ja, okay, worauf ich hinaus will, heute Abend ist Länderspiel, ich hoffe, ihr seid schon vorbereitet. Das Bier steht kalt, die Chips sind schon parat, vielleicht grillt ihr heute, was mache ich nämlich heute? Wir fahren heute zum Runner und da werden wir ein bisschen grillen, Fußball gucken und Spaß haben. Und das Schöne ist, ich will mit euch mal tippen, wie endet heute Abend das Fußballspiel Deutschland gegen die Ukraine? Ja, ich würde es mal freuen, wenn ihr das mal in die Kommentare schreibt. Ja, das wäre mal so ein kleiner Gag für so zwischendurch. Mein Tipp sage ich auch oder ich schreibe ihn an, nee, ich schreibe ihn in die Kommentare. Ja, also schreibt mir in die Kommentare, wie geht das Spiel heute Abend aus? Deutschland gegen Ukraine. Dankeschön und ich wünsche euch heute Abend viel, viel Spaß, einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Ciao.